Wir machen heute einen kleinen Fahrwerkstest. Der Kraftmacher, ich habe ja schon ein paar Sachen hier dran getauscht und der hat jetzt vorne einen ganz dicken Stabby reinbekommen, das heißt 2,9 Millimeter, ich habe eine Rampe mit und ich habe mir Pylonen aufgestellt und der Kraftmacher ist auch am Start. Dann werden wir das mal ausprobieren mit dem dicken Stabby, wie gut das funktioniert. Das sollte nicht passieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! ne der karosserie die hat es nicht verkantet oh, das geht auch Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde aber sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus mit dem Ding Stabi. Oh, oh, oh! Also, meine Dämpfer, das tut eigentlich so ganz gut arbeiten. Ich habe vorne 1500er Öl und hinten 1200. Ich kann jetzt gerade mal gucken, hier so eine leichte Kohle, wie der das wegschluckt. Wir fahren erstmal ein bisschen langsamer hier durch. Ja, springt ein bisschen. Ja, das ist so weit in Ordnung. Ja, das ist so weit in Ordnung. Äh, was ist das da? So, machen wir Stopp. So, Mutter ist wieder fest. Ja, das ist so weit in Ordnung. 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 Ich würde aber sagen, das Kippverhalten, das ist schon besser geworden. Ja, das ist so weit in Ordnung. So, hätte ich noch knapp gehalten. Ja, das ist so weit in Ordnung. 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 Aber jetzt geht es so weit in Ordnung. Und jetzt geht das. Ja, das ist so weit in Ordnung. Musik Untertitelung. BR 2018 So, und das nächste Mal, also wenn ich nahe zu Hause bin, da werde ich hinten noch den 2,9er Stabi reinmachen und dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, das ist gut.